Bist du ein Genie? Dann kommt hier ein Braintest. Wie viele Tiere siehst du in diesem Bild? Nur wenige Menschen können alles sehen. Kleiner Tipp, es sind mehr als vier. Die Auflösung findest du in meiner Insta-Story. Na, wirst du es herausfinden, wie viele Tiere in diesem Bild sind? Ich bin gespannt.